Gold, Gold, Gold Bevor ich aber jetzt hier großartig rumlaufe möchte ich erstmal gucken, was ich hier so machen kann also in diesem Part werde ich mir diesen Platz mal ein bisschen unter die Lupe nehmen und gucken, was ich so finden lässt auch eine alte Steintafel hey, eine normale Truhe links, rechts, links, rechts, links links, rechts, 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 links, rechts gut, die war relativ einfach, Feuerring, Fisch, coole Sache warte mal, Feuerring, was haben wir denn, Erkennungszeichen und Geisteskraft wir haben hier einen Feuerring und einen Ring der Steinhaut können zwei Ringe tragen und ein Amulett aber Amulett habe ich aktuell keins, gut ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt den Feuerring und Steinhaut ein bisschen rumlaufen gerade wenn hier Feuerwarane rumlaufen, vielleicht haben wir ja ja ein bisschen Glück dabei hier gibt es nur zwei Pyramiden, ne? okay, ich hätte gedacht, es wären drei aber gut, macht nix hier gibt es auf jeden Fall noch viel, viel mehr zu erkunden allerdings sind wir hier als kleiner Lulatsch nur bedingt Weidenbogen Ja, Bogen, Bogen, Weidenbogen was tragen wir denn? Kurzbogen, können wir den ja, wir können den Weidenbogen tragen, super macht zumindest ein bisschen mehr Schaden Okay, hier ist ein Waran Solange es nur einer ist ich möchte auch wirklich nur einen triggern Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen Ich glaube, wenn ich den jetzt einfach retarded anschieße kommen sie nämlich alle, die kommen nämlich ohne Vorwarnung Warane sind übel Die kommen ohne Vorwarnung Oh, doch Die kommen aber ziemlich schnell Die kommen aber auch nicht Das habe ich mir gedacht. Ja, Barane sind schon etwas schwieriger zu handhaben. Aber die kriegen wir hin. Und das haben wir ja jetzt gesammelt. So, hier hinten, das war ja einfach. Links, rechts, links, rechts. Da ist der Schattenläufer, der schön, bleibt da schön, macht schwimmen, sitzt. Hier war noch eine alte Steintafel. Der Rest ist mir egal. Ja, da ist mir die Aufnahme abgeschmiert. Die muss ich wieder zusammen fixen. Kleines Problem, irgendwie habe ich rausgetabt und dann hat die Aufnahme aufgehört. War ja verständlich. Und naja, gut. Aber für euch wird es wahrscheinlich keinen Unterschied geben. Pfeil, 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 Weidebogen, Pfeil, ist egal. So, das Spiel ist nicht abgeschmiert oder so. Einfach nur die Aufnahme hat sich automatisch geschlossen, gespeichert. Und naja, werde ich irgendwie zusammenmixen. Dass es später dann für euch nur noch eine Videodatei ist. So, hier ist ein verlassenes Lager. Hier kann man an diesen Pfannen, kann man Fleisch braten. Ich weiß nur nicht, wie das ausgeht, wie lange das, wie lange man das machen muss. Auf jeden Fall, wenn du es nämlich einmal machst, dann brätst du eins. Drei, es ist eigentlich schade. Es wäre cool, wenn es zum Beispiel, wenn es jetzt länger brauchen würde. Hier war jemand aber ordentlich einer am Dampfen. Dass du das zum Beispiel, wenn du es jetzt hier vor ein paar Minuten machst. Das machen wir mal eine Minute lang. Wäre ganz cool, wenn es dann irgendwann einfach weitergeht. So, dass du nicht nur, dass es dann hier, keine Ahnung, 10 Sekunden hast du eins. Nach 20 Sekunden hast du zwei. Nach drei Sekunden hast du drei und so weiter und so fort. Das wäre halt schon mal ganz geil. Vier. Ne, ich lasse es jetzt wirklich mal eine halbe Minute oder so laufen. Währenddessen kann ich mir auch den Namen von dem Part aufschreiben. Ich kann eigentlich mal die Notizblöcke von gestern mal wegrollen, während ich die halbe Minute... Ich hoffe, dass es klappt. Ich hoffe, es wirklich... Ansonsten habe ich ganz schön... Ja, Pech gehabt, aber ich befürchte, ich habe Pech gehabt. Ja, das bringt nichts. Gut, ich würde gerne bis zum nächsten Morgen schlafen. Bin nämlich ausgeruht. Und die Musik ist wieder da. Super. Dann speichere ich nämlich sicherheitshalber mal. Und werde mal gucken, ob ich es vielleicht schaffe, den einen oder anderen Varan zu besiegen. Hier habe ich sonst alles. Ja, bei Varan ist es ein bisschen schwierig auszuweichen. Das war knapp. Aber das kriegen wir hin. Vielleicht kann ich ja mit einem Feuerpfeil beginnen, dann hat er schon ein bisschen Damage. Ich probiere es einfach. Also schaden kann es nicht. Ja, das war mir klar. Jetzt kommen sie alle. Nee, jetzt kannst du sie vergessen. Das werde ich niemals schaffen. Die kommen hier hoch. Das ist nicht so gut. Das hat aber gedauert, bis ich gestorben bin. Okay. Ja, am Anfang ist das in dem Spiel so. Try and Error und abkacken und losen. Macht aber nichts. Ich werde den einen schon Akku ziehen. So, der kommt jetzt. Den werde ich jetzt irgendwo hinlocken. Komm her. Komm her. Jetzt kriege ich ihn. Na ja, der Baum ist mein Freund. Passt. Passt hier nicht, ne? 120. Das passt doch ganz gut. So, ich versuche das mit den anderen genauso. Oh, da ist sogar noch ein dunkler Pilz. Hätte ich so jetzt sogar übersehen. Kannst du mal. Siehst du mal. Vielleicht mache ich das mit dem Fleisch einfach mal offscreen. Dass ich einfach hier weiterhin das Fleisch mal anbrate. Weil es ist schon ein Unterschied zwischen 12 und 6. Also am Anfang noch. Also, den hätte ich gerne. Komm her. So, den war an, kriege ich. Jetzt darf der andere noch nicht in die Range kommen. Passt. Super. Eis ich noch einen alten Fisch. Mh, lecker. Ein paar Heilpflanzen. Ich habe jetzt leider nur noch einen Wein zum Trinken. Ist aber nur noch ein Varan. Das bedeutet, da ist aber auch noch eine Höhle. Ist jetzt die Frage, will ich in die Höhle? Also, natürlich möchte ich da rein. Die Frage ist, möchte ich da jetzt schon rein? Dann komm mal her. Hey, sollst du herkommen? So, jetzt habe ich den. Ein paar Schwäge müssen wir einstecken, um den in die richtige Position zu bringen. Ich darf aber auch nicht aus dem Flow raus. Dann sollte das kein Problem sein. Ich darf nur nicht vergessen, die verkackten, die erste verkackte Aufnahmen hier noch vorher reinzuschneiden. Jo. Bam, 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 bam. Es ist eigentlich schon chillig. Also, ich weiß nicht, die Musik beruhigt mich. Gibt es auf YouTube bestimmt so einen Loop für diese Musik. Könnte ich mir echt antun. Es ist einfach, simpel, aber irgendwie sehr beruhigend. Ich glaube, in diese Höhle möchte ich noch nicht rein. Werden wir jetzt erfahren. Ich glaube, die könnte ich sogar machen. Ich glaube, die waterfall ist voll somewhere hier. Also, ich glaube, die gut ich will mal was probieren ich werde jetzt mal Trick 17 benutzen um einfach mal Ressourcen zu sparen und gucken wie weit ich mit meiner Lebensbalken mit meinem Lebensbalken komme und wenn ich die Höhle schaffe ohne zu sterben deswegen werde ich hier nochmal speichern bevor ich die Höhle richtig betrete werde ich dann mich einfach Penn legen so Sicherheit nochmal speichern wenn hier sowieso nur Goblins rumlaufen obwohl es sieht für mich auch so aus es könnte da auch mal was anderes warten drei Goblins das sollte machbar sein jo ja das sind doch zu viele das hätte ich klüger machen müssen aber ich schaffe das ist ja nicht so als wäre das ungemachbar ich darf nur nicht direkt reinrennen wie so ein Idiot so komm mal her so es sind ja nur drei hoffentlich kommen sie nicht direkt alle hier kommen die nächsten das ist aber okay das sind ja nicht alle Glück gehabt ah Goblin Krieger der Goblin Krieger der Goblin Krieger ist das Problem das kriege ich aber hin ich finde es nur komisch dass die die mich nicht sehen trotzdem aggro werden das ist eigentlich normalerweise nicht der Fall das ist wahrscheinlich noch nicht da ist nichts zu holen der hat doch noch einen Ast in der Hand das ist egal ups da kommen sie ja schon wenn die jetzt so bekloppt rumrennen würden wie so Idioten ey dann wäre das auch alles gar kein Problem ich hasse Goblin ich hasse sie hier wie die Sau da bist du kriegst echt Kopfschmerzen den Krieger muss beschäftigen der Krieger ist genau das Problem was ich hab lass mich mal ganz kurz aber warum kommt der direkt der hat mich nicht gesehen gar nichts ich probier's mal mit nem Feuerpfeil und dass ich hingehe da mal ein bisschen auf die Kacke auf und die Dingern hab ich ja mehr als genug so dann lauf ich mal ein bisschen weg wo die nicht permanent hier so mich herumlaufen können so dann werde ich hier mal speichern ich hab's nämlich irgendwie gerade hinbekommen oh ich werde noch ein Blauflieder essen damit ich ein bisschen Mana hab kann ich eigentlich mittlerweile eine bessere Waffe tragen drei Stärkepunkte drei Stärkepunkte ne mir fehlt noch ein bisschen was in Stärke wie viele Feuerpfeile habe ich denn noch acht Stück das ist okay ja 150 da kann man schon mal ein bisschen was erwarten das war knapp das war sehr knapp rechts links links rechts links links rechts links links rechts rechts links links rechts links links rechts links links rechts links rechts fertig okay ja ja doch das ist ganz gut weitermachen oder speichern zurück in Penn speichern das wäre natürlich die sinnvollste Variante ich glaube das mache ich auch wir haben gut was hinbekommen und da höre ich noch ein paar Goblins ich befürchte da ist noch ein Krieger dabei Alter das ist eine ganz schön krasse Goblinhöhle das ist schon ordentlich so was sagt der Timer ach komm scheiß auf den Timer dann mache ich den Part halt mal ein bisschen länger ja ist noch alles alles in der Zeit drin so bis zum nächsten Morgen schlafen jetzt wieder zurück zur Höhle ich glaube die Höhle ist tricky kann mich nämlich daran erinnern dass es eine Höhle gab die links mit Goblins belegt ist und rechts glaube ich ist alles soweit in Ordnung bis man dann an Golems rankommt die Golems selbst sind leicht zu besiegen aber wenn zwei Leute zwei da sind kann so ein Golem auch ganz schön mal die eine reinballern so doch komm einer oh der geht mir auf den Sack ey diese kleinen frechen Dreckssäcke so was haben wir hier Pfeile das ist okay Brot 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 die haben sich gut gehen lassen haben Bäcker ausgeraubt Pfeile und Getreide hier muss sich nix knacken ok obwohl da ein Schloss dran ist kann ich den Kochtopf benutzen? Nein? Nö haben sich hier aber gut gehen lassen also haben sich schon eingenistet schön speichern bevor ich die andere Seite der Höhle erkunde und ich denke mal das war's mit für diesen Part auch das ist eigentlich schon geil gemacht diese Höhlen mit diesen Wurzeln ich sage ich sage So, minecrawler kriege ich hin. Okay. Ich weiß nicht, ob es da zwei oder drei sind. Aber ich glaube, da ist noch einer. Ich habe es gewusst. Es war so knapp. Aber warum normalerweise? Das kriege ich aber hin. Ja, jetzt. Direkt drauf. Ach ja, auf einmal kommt da ein zweiter um die Ecke, oder was? Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet, meine Lieben. So wollen wir es ja nicht machen. Ja, kommt raus. Komm. Oh, dieses Zurückweichen. Das ist schon nervig. Ja, ist es. Aber gut. Komm. Dann locke ich dich da hin, wo dein Kumpel nicht ist. Na, komm. Das war knapp. Gut. War aber cool, dass wir das hinbekommen haben. Jetzt gehe ich nochmal pennen. Das ist jetzt nicht nur bei diesem Bett so. Immer wenn du ausschläfst, bist du ausgeruht. Das ist hier in Skyrim und anderen Spielen genauso. Das will ich hier aber nochmal speichern. Ja, ja, die Speicherfunktion, mein liebster Freund und Helfer in diesem Spiel. Gerade am Anfang, wenn ich wirklich jede Ecke töten kann. Eih, jemini. Oh je. Das Scott geht aber ganz gut ab. Liegt hier irgendwas? Nein. Das sind die Golems. Und ich glaube, wenn ich hier irgendwo was Falsches mitnehme, dann kann das schon mal passieren. Ach, du schon wieder. Na ja, auf engen Raum sind die Viecher eher... Oh, es regnet draußen. Ist eigentlich ganz cool. Wenn es nicht so kalt wäre, würde ich sogar die Fenster auflassen. Die sind auch unverwundbar, die Golems. Noch. Der Raum macht mir Probleme. Wenn ich hier nämlich irgendwas Falsches mitnehme, dann kann es sein, dass ich Probleme kriege. Deswegen um jede Ecke linksen. Ja. Die Minecrawler... Die müssten eigentlich auch so zu besiegen sein. Aber da muss ich nochmal bei den Warriors... Die haben, glaube ich, ein etwas anderes Muster. Naja, ich weiß. Hier ist es mir sogar wert, dass ich nochmal ein bisschen was mir einverleibe. Das wird ein langer Part. Aber okay. Macht halt nichts. Muss man halt durch. Aber den Warrior möchte ich platt machen. Auf jeden Fall. Vielleicht brauchen wir auch einfach ein längeres Schwert. Nee, das hat zu lange gedauert. Keine Ahnung, warum der auf einmal nach links und rechts gewandert ist. Wenn du die schlägst, müssten die normalerweise im Schritt nach hinten laufen. Und das kannst du dir eigentlich... Ja, das backt ein bisschen, wenn du lädst. Ich probiere es noch einmal. Obwohl ich jetzt eigentlich echt... Hartnäckig bin. Okay, okay. Okay. Ah, das war knapp, aber warum muss der immer nach links und rechts? Ach, was soll das denn in einem Kreis? Ich mach den, ich krieg den noch, ich krieg den auf jeden Fall, das wird immer knapper und immer besser. Die Technik kriegen wir hin. Jetzt hab ich doch den Schinken gegessen, ist egal. Der wird schon nicht so schlimm sein. Warte mal, hab ich nicht noch irgendein Kraut, was mir helfen kann? Ja. Snapperkraut hilft nur... Jetzt hab ich den... Ich darf den Fokus nicht verlieren. Snapperkraut hilft nur ein paar Sekunden. Oh, leck mich am Arsch. Warte, der ist knapp. So, jetzt möchte ich aber speichern. Ich hab doch bestimmt noch irgend sowas wie Heilung. Ja, hab ich. Super, mach ich das nämlich. Ich hab ja gesagt, dass wir diese Höhle machen. So, natürlich können wir die noch nicht ausnehmen, das ist sehr schade. So, noch sind die Golems nicht wach. Das bedeutet, ich speichere einfach weiterhin. Jetzt in. Ich muss repentance zusammen. Das ist ziemlich schön, ich mach, mach das psychisch. Schön, denn? Ist mir egal. Wir schaffen es. So, jetzt speichere ich nochmal, plündere das und hoffe, dass die Golems mich in Ruhe lassen oder dass wir die Golems kriegen, aber ich glaube... Schatulle. Ich glaube, solange wir die Truhe in Ruhe lassen... ...ja, noch lässt er uns in Ruhe. Das kann sich aber schnell ändern. Sobald wir den jetzt berühren, steht er nämlich auf. Ja, die sind... Die gehen zwei Schritte zurück und sind sehr langsam, die Golems. Also auf engem Raum, eins zu eins, sind die kein Problem. Da muss ich erst aufbauen, deswegen... Solange wir noch nicht aufgebaut sind, ist alles gut. Aber dafür, wenn sie dir eine Scheu anfliegst, du durch den halben Raum. Das ist wie beim Troll. So, was haben wir denn eigentlich für einen Lederbeutel? 4x50, 2x25, 2x100. Eine Schatulle. Eine silberne Schale. Gut. Das ist gut, dass wir uns hinter den Stellen. Der andere ist noch nicht wach. Das ist perfekt. Seid ihr jetzt nicht unbedingt gerade schlau, solche idiotischen Steinwächter? Aber auf der anderen Seite sind Golems. Ah, die haben jetzt keine große Intelligenz. Sind schwerfällig und stehen meistens aus Stein. Das wird ein langer, langer Part. Tut mir leid. Das wird ein langer, langer Part. Das wird ein langer Part. Das wird ein langer Part. Und das wird ein langer Part. Das wird ein langerstellbar. Ah, komm schon. Yes. So, von links kamen wir. Das bedeutet, hierhin könnten wir. Oder? Nee, von hier kamen wir. Sind dann nach links. So, von links. So, von links. Stufe gestiegen. Geilo. Haben wir uns aber auch hier echt verdient. Ähm, mit diesem Halunken hier. Puh. Haben die Golems gemacht, ohne Schaden zu machen. Super, wunderbar. Drei Warane geklatscht. Ich würde sagen, war ein voller Erfolg. Ähm, ich speichere hier Streamprojekt und natürlich dann auch nochmal auf dem Let's Play Spielstand. Und, ja, vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Es war Geilo und ich muss das jetzt noch zusammen schustern, was mit der letzten Aufnahme verkackt ist. Und, macht's gut. Bye, bye.